Was versteht man bei Impress unter einer Ebene und wie kann man mit der simboliste Textformat einen Text einer anderen Ebene zuweisen? Ebenen verwendet man in der Regel bei Aufzählungen. Wir haben hier jetzt eine Folie mit entsprechenden Aufzählungen der österreichischen Bundesländer. Wenn ich jetzt hier in eine dieser Zeilen gehe, dann kann ich sagen, dass jede dieser Zeilen hier eine Ebene darstellt. Wenn ich oben in dieses Menü hineingehe, dann kann ich hier, wenn ich mit der Maus drauf fahre, sehen, dass ein Hilfstext eingeblendet wird. Das bedeutet Ebene niedriger. Es wird dann niedriger zurückgestuft. Wenn ich Kärnten jetzt zum Beispiel auf dieselbe Ebene, wie es Burgenland geben möchte, Niederösterreich auf dieselbe Ebene, aber nicht Oberösterreich, sondern Salzburg, dann sieht man, dass Oberösterreich eine Ebene höher als Salzburg in Niederösterreich ist. Ich könnte jetzt die Steiermark nehmen, sie auf dieselbe Ebene setzen wie Salzburg, Niederösterreich, Kärnten und Burgenland, könnte sie aber noch ebenfalls weiter zurücksetzen. Ich könnte genauso wieder die Steiermark zurücksetzen in der Ebene, dass sie wieder auf der Höhe von Salzburg ist, aber auch in der Höhe von Oberösterreich. Darüber hinaus kann ich, wenn ich hierher klicke, die Steiermark nach oben verschieben in dieser Aufzähliste. Man kann dementsprechend hier mit diesen Werkzeugen die Elemente der Ebene verändern.